Hallo und herzlich willkommen zurück bei Empire at War Und ja, wir verkaufen die Höhe und bauen mal ein bisschen was nach Und bauen die Höhe Wir haben in den letzten Parts ja nicht auf Ulkreich unsere Planeten verteilen können, muss ich zugeben Und ich hoffe, dass wir sie jetzt ändern, denn genau genau muss sich das ändern Fahrzeug wird produziert, Fahrzeug wird produziert Soldaten werden ausgebildet Also ich habe jetzt vor, Bonadan und Minnst zurückzuerobern Aber erst... Naboo, 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 wo ist Naboo, wo ist Naboo? Da ist Naboo! Nein! Schlecht hektisches Gefahr steht gleich bevor Wieder mit dem Sternzustand, oder? Was habe ich denn da für eine Raumstation? Stufe 3 schon? Ja, aber da habe ich keine Chance Ist das ein Victory? Ja Oh Mann Ja, da habe ich keine Chance Jetzt gibt es dann auch gleich eine Bodenversion, wahrscheinlich Aber da habe ich schon Gebäude wird errichtet Nein, 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 nein Aufbau abgebrochen Rekrutiere Soldaten Hey, wir haben... Wedge and Tillis! Stark! Oh, der kann den Todesstirn zerstören Der gehört ja zum roten Geschwader Was haben die denn wieder? Mhm, 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 mhm Wir können es versuchen Ich starte das ganze mal Naboo und Gungana Das hier auf Naboo Schadensbonus für den T4B Panzer Wir haben leider kleine T2B Panzer Also nützt uns das relativ wenig dieser kleine Schadensbonus Aber es macht nichts Wir werden Wir werden versuchen die Landezone zu stürmen Wenn übrigens Tipps und Tricks Unsere Verteidigung muss halten Die unschuldigen Bewohner dieses Planeten zählen auf uns Errichtet Verteidigungsstellungen und verstärkt diese Anlagen mit Truppen der Allianz Gegnerische Truppen voraus Gunganische Kriegertruppe Das ist ja was Wenn übrigens Tipps und Tricks für mich Dann bin ich höchste Ich brauche nicht Keine Güte dich Holler Schuhe 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 Wenn bei einem Weitereicher Bege Wir sind Anmeldung Anstrengung 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 Das ist doch nicht ganz gut. Das ist doch nicht ganz gut. Das läuft nicht ganz gut. Das ist doch nicht ganz gut. Das ist doch nicht ganz gut. Das ist doch nicht 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 gut. Ja. Das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht gut. Ja. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht gut. 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 Ziele auf den Schwerkraftgenerator. Räder wurden vernichtet. Anzieht defekt. Vorwärts. Greife Gegner an. Schaltet die Sieg-Jugendfalle nun aus. Schaltet die Sieg-Jugendfalle. Die Arten sind nicht zu selten. Schaltet die Sieg-Jugendfalle. Zerstört den Schwerkraftgenerator. Wiring, Ihr Vater hier. Schaltet die Sieg-Jugendfalle. Wir sind in Angriffreichweite. Regatte meldet sich. Unsere Laser wurden vernichtet. Die Fiktion bestätigt. Unterwegs zu der Forza. Einsatz bereit. Regatte in Bereitschaft. Habe verstanden. Kontext, jetzt am Feuer auf der Hand hieb. Okay, sehr gut, theoretisch, die wir finieren. Oh, da kommt ein, das ist ein, das ist ein, das ist sehr schön. Die Ausführung der Bremsfläche Ein Prometion Hocht erhört Merkst du Kale Auf dem Kale Der Bremsfläche Die Basis Der Bremsfläche Der Bremsfläche Der Bremsfläche Der Bremsfläche Der Bremsfläche Der Bremsfläche So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. Jetzt... ...nei je wei. Ich bin vor der Niveau nicht sehr gut. So schön. Das ist nicht so schwer. 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 Puh. Okay. Drei Nebulon-B-Frigaden sind dort relativ viel. Aber er hat auch zwei Victory-Kreuzer und ein Interdictor-Kreuzer. Die Spezialfähigkeit des Interdictor-Kreuzers ist übrigens der Schwerkraftgenerator. So kann man Rückzug durch Überraumsprung verhindern. Da müssen die Gegner quasi bis zuletzt kämpfen. Das ist sehr... ...vorteilhaft. Aber naja Leute. Mit dem... Mit der Boden-Invasion von... Bonadan sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ich will ja nicht alles auf einmal machen. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal Leute. Hoffentlich schaltet ihr die wieder ein. Tschüss. Das ist ein phil.